So meine Lieben, ich habe die Auswertung vorwärts schon mal fertig. Ich beginne direkt mit 0,2. Da kommt direkt Ich. Das Ich. Bei 0,4 kommt direkt David, dann bei 0,40 höre zu, höre zu, dann bei 2,04 kommt gleich besser. Dann geht es weiter bei 2,11 mit Wie geht's. Dann bei 2,17. Ich bin da. Dann geht es weiter bei 2,37. Gefährlich. Dann geht es weiter bei 2,55. Mit Schweiß. Dann bei 5,14. Dann geht es weiter bei 1,18. Ich stehe neben dir. Dann geht es weiter bei 1,16. Schrauben. Mit da. Dann geht es weiter bei 1,16. Dann geht es weiter bei 1,16. 1,18. Oder ab. 1,18. Oder ab. 1,18. Weiter geht es bei 12,28. Ich stehe nur an das hier. 1,18. Und wie sind das denn jetzt? 1,18. 1,18. 1,18. 1,18. 1,18. 1,18. 2,18. 1,18. 1,18. 1,18. unser guter schluss bei 14 44 ja meine lieben das war also die auswertung vorwärts schon mal rückwärts wird auch noch kommen im anschluss also bleibt dran so kommen wir zu der auswertung rückwärts wir beginnen direkt bei 1 28 mit hallo bin der helmut weiter geht es bei 2 10 karantäne was zur coronazeit karantäne weiter geht es bei 3 0 0 da habe ich hier hörst du mich dann bei 5 0 1 das wort ziege weiter geht es bei 5 37 wird er viel äh wurde gesagt viel lauter dann geht es weiter bei 9 0 2 da wurde gesagt böse weiter geht es bei 10 0 7 bei guido ja als dann vorletztes bei 13 15 5 Nabe Orsela und zum guten schluss bei 13 46 wieder Hilfe ja meine lieben das war also auch jetzt die auswertung rückwärts ich hoffe wir konnten es einigermaßen gut verstehen und wir sehen uns wieder im nächsten video bis dann bei bei bis dann bei 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 bei